Ola, 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 wir machen eine Sause. Ola, 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 bis zur Halbzeitpause. Ola, 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 wir führen 0 zu 1. Wir haben ein Tor geschossen, der Gegner hat noch keins. Ola, 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 das tut uns richtig weh. Ola, 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 was machen die denn da? Ola, 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 faul Elfmeter, Mist, ich glaube, dass der Schiedsrichter bestochen worden ist. Ola, 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 auswechseln muss er da. Ola, 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 Ball über die Linie. Ola, 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 ich halt das nicht mehr aus. Ich geh ins Bett und schalt den Flimmerkasten aus. Servus, bis wiederholst. Ja, ist denn schon wieder Gedicht?